Aber du hast jetzt hier schon ganz klamm heimlich eine Neuheit aufgebaut. Und wenn das die ist, die ich behaupte, dann passt die auch eigentlich ziemlich gut hier in unser Ruhrgebiet. Das ist der Ruhrpiercer. Die Leute, die im Thema bei H0 drin sind und sich für Vectron interessieren, wissen schon Bescheid. Es gab schon den Alpenpiercer und den Hollandpiercer. Das ist der Ruhrpiercer und also, ja. Das ist was anderes. Alpenpiercer, Hollandpiercer, ich glaube, das ist der dritte. Das ist die dritte Variante, glaube ich, da bist du vollkommen richtig. Also eine Vectron, Vectron kennt jeder, brauche ich glaube, nichts mehr zu sagen. Ja, zum Vorbild nicht. In dem Fall eine Viersystem Vectron, sieht man an den vier verschiedenen Stromabnehmern, Pantografen. Also mit Viersystem ist man ja eigentlich dann auch landessicher quasi. Also du bist in keiner Weise eingeschränkt. Wenn du die Schweiz sammelst, bist du richtig. Wenn du Holland sammelst, bist du richtig. Wenn du Deutschland sammelst, Österreich, auch wie gesagt, nichts Falsches, Belgien geht glaube ich auch noch. Bin mir nicht ganz so sicher. Aber auf jeden Fall kommst du ganz schön weit mit dieser Lokomotive. Und sie fährt auch überall hin. Sie ist in dieser Lackierung auch ein lustiger Mischmasch aus dem Leasinggeber MRCE. Verliest an die Schweiz, an die SBB und die macht das an ihre Tochter RT&S. Das ist ja ein ganz schönes Hin und Her. Ja, genau. Und wer hat dann, also RT&S hat dann sich den Taufennamen Ruhrgebiet ausgedacht? Ja genau, weil RT&S hat ihre Zentrale in Duisburg, also passend, lokales Unternehmen. Insofern ist das der Aufhänger für diese ganze Geschichte. Und ich zeige dir was ganz Besonderes. Das ist die eine Seite. Ja, es sind ja beide Seiten ganz unterschiedlich bedruckt. Das ist mir eben, als wir die so ausgepackt haben, gar nicht aufgefallen. Wobei in unserem Webshop natürlich, wir haben mehrere Bilder online und haben natürlich auch beide Seiten online. Aber das ist natürlich sehr, sehr schön bedruckt. Bedeutet, das Ruhrgebiet ist ja eigentlich auch ganz, ganz gut getroffen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall viel. Also, unserer Seite, die jetzt die Leute gerade nicht sehen, haben wir Zeche Zollverein, Guckerei Essen, ganz genau. Und auf der anderen Seite haben wir die Denkmäler auf den Halden in Bottrop und so. Man erkennt es auf jeden Fall wieder, ja. Ja, du als Ruhrgebietler, ich bekomme aus dem Bergischen. Wir sind tolerant, du darfst kaum. Sehr schön. Aber wir haben doch jetzt da auch, haben wir das Analogmodell hingestellt, oder haben wir dann doch die Soundvariante? Nein, das sind mich ja natürlich jetzt mal. Wir haben natürlich die Soundvariante hingestellt. Aber da gibt es kein Dortmund-Olé-Olé-Olé, wobei dort Duisburg ist, ne? Wir bleiben aber bei der Realität, ne? Wer weiß. Ob uns der Rock überrascht, naja, ich glaube nicht. Ja, du hast die üblichen Soundfunktionen, altbekannt von Rocco. Ja, das ist ja Standard-Rocco-Vectron-Sound. Genau, das ist der Rocco-Vectron-Sound. Und ist auch Zimo, meine ich, ne? Wird auch verbaut. Da ich nichts anderes gehört habe, würde ich sagen, es ist ein Zimo. Normalerweise würde es sonst mal erwähnt, aber es müsste ein Zimo-Decoder sein, ja. Arbeiten wir ja auch mit zusammen bei unseren eigenen Projekten. Ja, das ist ein verletzlicher Partner. Im Gegensatz zu anderen Lokomotiven hast du natürlich hier jetzt auch noch Lichtfunktionen. Und das war hier da, wo es keiner sieht. Also wie schon fast gewohnt bei der ganzen Sache. Spektakulärer Sound. Das ist eine Top-Neuheit. Haben wir jetzt diese Woche erst bekommen von Rocco. Also ich glaube, das war eine Zwischen-Neuheit, eine Herbst-Neuheit oder sowas, meine ich mich zu erinnern. Es war auf einmal im Neuheit-Neublatt, aber irgendwie was kurz vorher angekündigt war. So ein bisschen Herbst haben sie es angekündigt als Zwischen-Neuheit oder Herbst-Neuheit und haben es jetzt schon geliefert. Und man, also ich war ganz überrascht, wir haben die Analog-Variante bekommen, die Digital-Sound-Variante und wir haben jetzt auch seit gestern die Wechselstrom-Sound-Variante im Sortiment. Und damit wir das auch nicht vergessen, die Artikelnummern sind immer alle ganz heiß drauf, ist natürlich die 70683 für die analoge Variante. Die Digital-Sound-Variante im Gleichstrom ist die 70684 und die Wechselstrom-Sound-Variante ist die 78684. Die analoge Variante kostet UVP 269,90 Euro, bei uns der Hauspreis 242,91 Euro, bei der Digital-Sound-Variante in Gleich- oder Wechselstrom kostet die Lok laut Hersteller 392,90 Euro, bei uns 353,61 Euro, die sind ungefähr 10% Nachlass.